hallo leute wie geht es ihnen schauen diese schöne schöne kleine see see eine kleine wolke 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 schön ja sehr schön leute schauen wow schön ich habe angst in schlangen schlange leute schön 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 kleine kleine wolke ich weiß nicht mit deutsch schauen in kleine und blumen kleine kleine auch in blumen und kleine see und schon oder schon ja schon diese auch schon dieses blumen auch mit in der see schauen in kleine kleine blumen mit wolke schauen leute schauen 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 schön ich weiß nicht nur essen oder nicht essen ich weiß nicht schlangen schlange ich weiß nicht schlange schlange ich weiß nicht schlange schlange leute meine kann support machen dankeschön leute schlange schlange sehr schön so machen eine schlange schlange und Nussbau. Oh, schöne Blumen. Wow, weiß. Weiße Blumen. Eine schöne Spazieren mit Platz. Dieses Platz mit Spazieren. Viele Leute kommen mit Spazieren, mit der Stadt. Schauen. Schöne Frau. Schöne Frau. Schöne Frau. Schöne Frau. Schauen. Schöne Frau. Schöne Stadt. Der Name ist Au. Neun. Neun. Ich vorher komm nicht her. Jetzt neu machen, neu. Jetzt Leute, schauen wir dieses Lesen. Was ist? Gut lesen. Wow, schön. Heute ist es sehr warm. Heute. Und eine schöne, starke Sonne. Scheine Sonne. Sehr, sehr scheine. Jetzt ist es ein bisschen besser. Jetzt ist es besser. Und es fällt für eine sehr starke Sonne. Entschuldigung, Leute. Ich habe nicht viel Deutsch verstanden. Ich habe ein bisschen Deutsch verstanden und nicht viel Deutsch. Ein bisschen. Schauen, Leute, in Wolken, kleine Wolken in Zürich. Ich habe nicht viel Deutsch verstanden. Ich habe nicht viel Deutsch verstanden. Ich habe nicht viel Deutsch verstanden. Ich habe nur Deutsch her. Ich habe nicht viel Deutsch verrasst. Tschüss metre followers. wau schön eine blumenwasser ich weiß nicht mit blumenwasser ich weiß nicht name bitte in name skamen machen oder so machen was ist name dieses blumenwasser ich habe dieses kleine kleine blumen weiß auf name wenn weiße blumen weiße und lila es ist nussbau ja nussbau dieses nussbau und andere ich weiß nicht ich habe heute spazieren oh schön alles in den blumen ist lila so machen so viele und viele biene biene und biene blumen essen nachher mit honig machen ja und leute nach essen mit honig mit blumen verschiedenen blumen ok leute bis nachher bis nächste video noch mal machen mit deutsch sprechen ich habe nicht viel verstanden in deutsch und ich spreche einfach sprechen einfach sie egal und egal sprechen nur ein bisschen verstehe oder nicht verstehe ich noch sprechen ok schönen nachmittag leute schönen abend bis nächste video machen ciao mutter an ciao mutter an